So, heute bin ich wieder in Yelgawa, Mitau auf Deutsch und wir besuchen gleich eine Skulpturenausstellung. Hier unten liegen kleine schöne Boote. In diesem Turm würde ich auch gerne mal gehen, da sind verschiedene Ausstellungen. Der Turm hat ein Glasdach und von dort aus hat man einen sehr schönen Blick über die Stadt. Ja, viele kleine Schiffe, die es früher hier nicht gab. So, und nochmal ein Blick auf die andere Seite. So, jetzt hier. Okay. Bis zum nächsten Mal.